Ja, guten Abend, Deutschland. Ich habe ein Problem, Leute. Ich brauche mal eure Hilfe. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Also ich sehe mir momentan die Bilder aus Lützermatt an und diese folglichen, deeskalierenden Klimaaktivisten, die sich ja für den Klimaschutz einsetzen. Und natürlich würde ich alles probieren, um das Klima zu rennen, aber ich komme jetzt so langsam nicht mehr ganz mit. Was hat jetzt nochmal die Abschaffung der weißen Vorherrschaft mit dem Klimaschutz zu tun? Kann mir das mal einer von diesen toleranten Menschen sagen, die ja gegen Rassenhass sind? Glaubt ihr nicht? Bitteschön. Ja, liebe Leute, also ich bin mir jetzt nicht sicher, bin ich jetzt gerade auf einer rechtsextremen Demo? Bin ich auf einer linksextremen Demo? Bin ich auf einer Klimaaktivisten Demo? Ja, wo bin ich denn da gerade in Lützerat? Also vielleicht könnte das mal einer in der Bundesregierung mal ausklamösern. Wäre ja mal nicht schlecht, oder liebe Bundesbürger?